Hi und willkommen zu einem neuen Drogerie-Haul. Ich versuche ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, immer weniger nachzukaufen, aber das klappt nicht immer so, wie ich es gerne hätte. Und manchmal brauche ich dann doch Dinge oder muss was anderes ausprobieren. Und ja, deswegen mache ich ja diese Hauls teilweise in 6-Monats-Abschnitten, teilweise in 3-Monats-Abschnitten, je nachdem wie viel zusammenkommt. Und wir beginnen jetzt mit dem Juli. Insgesamt wird dieses Video Juli, August und September 2021 umfassen. Aber ich habe mir diesmal überlegt, ich möchte die Sachen nicht 3 Monate wieder sammeln, um sie dann komplett zu zeigen, sondern ich fange jetzt einfach mal mit den Juli-Sachen an und filme die anderen Sachen dann so einzeln pro Monat und schneide uns das mal dann zusammen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Also seid nicht irritiert, vielleicht mache ich das jetzt öfter. Ja, dann legen wir mal los. Was ich nämlich gemerkt habe, was ich gebraucht habe, meine Sprüh-Deos sind ja leer gegangen, also die, die ich leer machen wollte. Ich habe jetzt noch, ich glaube, 4 Stück, die ich aber mehr so als Parfüm benutze. Und die gibt es auch nicht mehr. Und die möchte ich eigentlich nicht auf Krampf leer machen und nicht täglich benutzen. Und das Deo, das ich mir selber gemacht habe, das wurde irgendwie nicht so ganz was. Da musste ich dann noch rum experimentieren. Aber im Sommer, wir sprechen hier von Juli, habe ich dann doch ein Deo gebraucht für den Übergang. Und dann habe ich mir dieses hier zugelegt. Von Balea, das Deo ohne Aluminium, sensitiv. Auch ohne Alkohol übrigens. Wobei, das mit Alkohol hätte ich vielleicht besser gefunden, tatsächlich. Denn ich hatte so das Gefühl, dass es so gut wie nichts gebracht hat. Also es sieht auf jeden Fall so aus. Ich hoffe, das sieht man jetzt gut. Es riecht super frisch und dezent, was ich persönlich sehr mag. Ja, doch frisch und... Ja, also würde man so ein bisschen in den Pool hüpfen, aber nicht nach Klo oder so. Aber einfach, man fühlt sich gut. Das Problem ist nur, dass es eben die Bakterien, glaube ich, nicht so gut abtötet wie andere Deos. Und das ist dann natürlich, was den Geruch im Sommer angeht, nicht ganz so vorteilhaft. Aber so für den Winter würde ich das definitiv wieder kaufen. Wenn bis dahin mein anderes Deo nicht funktionieren sollte. Aber ich denke, das kriege ich bis dahin hin. Man wird gleich merken, das Video ist so ein bisschen sommerlastig. Denn das hier hat mir dann auch extrem gefehlt. Und zwar... Ja, ein Lippenpflegestift. Aber kein normaler, weil davon habe ich ihn massig noch. Äh, beziehungsweise benutze ich eigentlich inzwischen Öl. Ähm, das ist von Sundance, der Sensitiv-Lippenpflegestift mit Lichtschutzfaktor 50. Also extrem hoch, denn ich habe das Problem. Und das habe ich diesen Sommer auch wieder gemerkt. Ich gehe fünf Minuten in die Sonne und meine Lippen sind komplett verbrannt. Also mal davon abgesehen, dass alles hier verbrannt ist. Also Gesicht, wenn ich geschminkt bin, vielleicht nicht. Da ist Lichtschutzfaktor in der Foundation. Aber Lippen sind komplett verbrannt. Und hier Dekolleté auch. Da habe ich inzwischen was zum Eingreben. Bleiben die Lippen, die echt wehtun, wenn man da einen Lippenbrand drauf hat. Genau. Einen Sonnenbrand drauf hat. Deswegen musste das hier dann doch definitiv einziehen. Es hilft nichts. Aber wenn das so ein bisschen weißen Filmen hinterlässt, kann man ja immer noch einen Lipplust drüber machen. Hoffe ich. Ich hoffe, das schmellert die Wirkung nicht. Ähm, das Problem ist aber, ihr seht, es ist noch eingepackt. Denn kaum hatte ich ihn dann, war der Sommer vorbei. Ja, jetzt ist er immer noch eingepackt. Ich glaube, ich lasse ihn einfach eingepackt. Vielleicht bis nächstes Jahr. Und jau! Weil hier steht nur drauf, zwölf Monate haltbar nach dem Öffnen. Dann öffne ich ihn einfach nicht. So leicht ist es. Falls ihr schmerzende Lippen im Sommer habt, dann könnte es liegen. Wichtig. Zumindest für mich. Ich bin ja eh so ein Vampir, ne? So. Das nächste, was ich gebraucht habe, ist einfach für reichhaltige Pflege. Denn ich muss mir dringend angewöhnen, mich mehr um meine Füße zu kümmern. Als Tipps kann ich euch mitgeben, keine engen Schuhe nach dem Duschen. Immer, egal wie warm es ist, eure Zehen perfekt zu trocknen. Mache ich eigentlich nie. Ich wickele mich eigentlich immer nur ein und die Füße bleiben nass. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Und Socken öfter wechseln, als ihr denkt. Und barfuß laufen. Also in der Wohnung zumindest öfter barfuß laufen, dass Luft rankommt. Und ich sollte vielleicht auch nicht unbedingt immer nachts mit Socken schlafen. Ja. So viel zum Thema dazu. Jetzt habe ich so viel gelabert. Auf jeden Fall, das war das Update zum letzten Haul. Und ich habe mir jetzt, jetzt kommen wir auch zum Produkt, von Alverde, die Fußbutter, im großen Bottich gekauft. Weil ich habe sonst halt immer Cremes. Jetzt komme ich natürlich nicht an die ran. Meine Mutter hatte mir ja auch nochmal welche extra geholt, wo ich dann ein bisschen mad war. Weil ich hatte noch welche und sie bringt mir schon wieder welche mit. Fand ich nicht ganz so gut. Aber da ich jetzt nicht sowieso öfter um meine Füße kümmern muss und mehr cremen sollte. Am besten zwei Mal am Tag. Viel zu stressig. Warum dauert es eigentlich immer so lange, wenn man sich um sich kümmert? Naja. Habe ich mir gedacht, bevor ich mir dann wieder drei Tuben kaufe, kaufe ich mir gleich einen Bottich. Und gut ist es. Der hat auf jeden Fall 200ml. Normale kleine Tuben haben so 50 bis 75ml. Also ich finde das schon mal gut. Und ich mag auch den Geruch von der... Ist das eine Schrundensalbe? Ich meine schon von Alverde. Und ich hoffe, dass das genauso gut riecht. Also ich habe es auch noch nicht geöffnet. Aber bald. Und ich freue mich schon drauf. Ist auf jeden Fall für sehr trockene Haut. Und ist eine Bio-Limette und Bio-Enchina... Oh Gott, das kann ich nicht aussprechen. Enchina-Sea. Ja. Kümmert euch mehr um eure Füße, okay? Die nächste Anschaffung war auch so ein bisschen ein Fail. Denn ihr wisst ja vielleicht, ich bin ja gerade am Aufbrauchen mit den ganzen alten Sachen. Und mit den Shampoos bin ich ja schon sehr weit gekommen. Und ich dachte mir, ich besorge mir mal ein festes Shampoo. Und habe mir von Alverde das Shampoo geholt. Das ist aber ein bisschen zu intensiv für mich tatsächlich. Zumindest um es lang anzuwenden. Und ich dachte mir, ja gut. Dann muss ich vielleicht mal abwechseln. Beziehungsweise nach einem anderen gucken. Das heißt, anstatt jetzt einfach ein festes Shampoo zu haben, habe ich jetzt zwei. Ich habe mir gekauft von Foamy das feste Shampoo für trockenes und widerspenstiges Haar mit Arganöl. Denn ich habe festgestellt, das andere ist dann doch ein bisschen austrocknend. Beziehungsweise noch nicht mal austrocknend. Also in meiner Kopfhaut geht es relativ gut. Und ich habe ja auch sehr dünne Haare und leichte Haare. Also so gesehen ist es ganz gut fürs Volumen. Aber dadurch, dass ich eben leichte und dünne Haare habe, ist es vielleicht doch ein bisschen zu krass. Deswegen dachte ich mir, ich wechsle das dann vielleicht ein bisschen ab. Mal gucken. Und genau, das ist 100% plastikfrei. Das ist hoffentlich wirklich nicht eingepackt. Sonst bin ich ein bisschen sauer. Genau, dem geht es gut. Sieht so aus. Es hängt sogar an einer Schnur, hätte ich jetzt fast gesagt. Wie heißt denn das? Bei uns heißt es Bändel und es riecht unheimlich gut. Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Ich habe auch gar kein Problem mit dem Aufschäumen von festen Shampoo. Ich dachte immer, das wäre super schwierig. Ist es aber gar nicht. Also, weiß nicht. Das ist so schnell. Moment, ich muss mich kurz konzentrieren. Es ist so einfach, wie beim Händewaschen mit einer festen Seife. Da tut ihr, weiß nicht, zwei, dreimal so machen und dann habt ihr Schaum an den Händen und das reicht ja komplett für die Hände. Und tatsächlich, wenn ich das dann auf meinen Kopf tue und dann ein bisschen bewege, wird es viel schaumiger, als ich gedacht habe und viel schaumiger als auf den Händen. Also, bei dem weiß ich es noch nicht. Das werde ich vielleicht reviewen. Und ich bin eigentlich ganz happy. Ich möchte eigentlich schon auf festes Shampoo umsteigen. Und meine Mutter habe ich auch schon angefixt. Yes. Ja, mal gucken, wie das so ist. Und dann mal gucken. Was ich noch sagen wollte. Wir haben noch geguckt, ob das irgendwie zu Garnier oder zu Schwarzkopf oder so gehört. Und nein, tut es nicht. Foamy ist eigenständig. Von daher auch vegan. Zumindest mein Stand. Wenn nicht, könnt ihr es mir gerne mit Quelle verlinken. Beziehungsweise verlinken geht vielleicht nicht. Aber ihr könnt es beschreiben. Und das letzte Produkt, das im Juli bei mir einziehen durfte, ist von Profissimo bei DM. Die Mini-Beutel, wieder verschließbar. 50 Stück. In zwei Größen. Und zwar sind das 9 x 14,5 cm und 13 x 15 cm. Also sprich, also nicht die Maße her. Aber einmal ist es so ein längliches und einmal ist es so ein quadratisches. Ja gut, ich kann es eigentlich auch auspacken. Schlauchkopf bin ich heute. Schlauchkopf. Zu meiner Verteilung ist es ein bisschen später. Nein, ich kann es euch gar nicht zeigen, weil die quadratischen sind nämlich leer. Genau. Aber die länglichen sehen auf jeden Fall so aus. Ich hoffe, ihr seht das. Und die anderen sind so ungefähr. Genau. Wofür braucht man so einen Haufen? Ich habe tatsächlich mehrere Packungen davon inzwischen aufgebraucht. Deshalb ist es falsch. So. Denn ich habe festgestellt, diese Zippertüten sind unfassbar praktisch, um den Kabelsalat mal zu ordnen. Weil es mein Problem ist, wenn man die Kabel aufrollt und egal wie man sie ineinander dann verdreht, die gehen immer auf. Wenn man ein Gummi drum macht, dann wird das irgendwann spröde und klebt halb am Kabel oder explodiert oder keine Ahnung, bockelt weg. Nervig und es geht immer wieder auf und es verheddert sich immer wieder. Es nervt so sehr. Tja, aus irgendeinem unerklärlichen Grund war plötzlich in der Aufnahme der Ton weg. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass ich mir zum neuen Hobby gemacht habe, so ziemlich alles einzutüten. Nicht nur den Kabelsalat, weil damit war ich relativ schnell fertig und ich liebe es immer noch. Kann ich definitiv empfehlen, dafür lohnt sich Tütchen. Sondern ich habe dann auch noch angefangen, Schnürsenkel, die ich gefunden habe, aufzurollen und da reinzupacken. Armbänder, Ketten, Ohrringe, Ohrstecker, Piercings, Knöpfe, keine Ahnung. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, habe ich eingetütet und ich liebe es. Es ist wirklich ein neues Hobby, könnte man sagen. Es ist zwar verdammt viel Plastik, aber alleine bei Ketten, Ohrringen, Armbändern und so weiter. Alles, was ich irgendwie verheddern kann, wenn man das eingetütet hat, passiert nichts mehr. Es ist wunderschön und vor allem, man kann einfach so durch seinen Schmuck durchwühlen und findet einfach alles, was man sucht, ohne Chaos anzurichten. Ich liebe es. Also, beste Idee gewesen, die ich je hatte. Okay, ich übertreibe. Eine sehr gute Idee, die ich hatte und ich glaube, so ist meine Ordnung jetzt auch viel, viel besser. Ich habe dann sogar meine Mutter gezwungen, ihre Kabel einzutöten und zu beschriften, weil sie generell nie weiß, welches Kabel zu was gehört. Und sie mag eine Brille anziehen, obwohl sie eine bräuchte und dann erkennt sie natürlich, wenn sie dann Schlüsse nicht. Ja, aber das war eine sehr gute Idee. Also, wenn ihr vielleicht Eltern habt, die da auch ein Problem mit Kabeln haben oder ihr selber, dann kann ich es nur definitiv euch empfehlen, euch diese Tütchen zu holen. Die kosten nix, aber erleichtern das Leben ungemein. Wie lange kann man eigentlich über Sippertütchen reden? Weiter geht's mit dem Haul aus dem August. Und zwar haben wir da als erstes bei DM bestellt, weil wir ehrlich gesagt nicht in die Stadt wollten und nicht in diesen vollgestopften DM wollten. Wozu kann man bestellen? Es sind sowieso sehr viele schwere Sachen dabei gewesen, wie Putzmittel, beziehungsweise, nein, stimmt noch nicht mal, Waschmittel. Die keiner tragen wollte. Aber die zeige ich jetzt mal nicht. Ich zeige nur meine Sachen. Ich fange jetzt mal mit den Putzsachen an. Ich habe mir meine liebsten, oh Gott, das ist langweilig, Staubtücher, beziehungsweise Anti-Staubtücher, wieder mitbestellt. Und ich war überrascht. Das ist eine ganz schön große Verpackung. Und ich muss sagen, das funktioniert besser als jedes Mikrofasertuch, besser als jeder Staubbädel. Also, ich brauche diese Dinge einfach. Ich habe keine Ahnung, wie ich sonst dem Staub Herrin werden soll. Ja. Das ist Müll, den ich gerne gar nicht machen würde. Aber was soll ich machen? Es muss leider sein. Und demnach duftet es mit. Und dann habe ich hier Dinge, die ich gerne auch reviewen möchte, wenn ich sie hinbekomme. Und zwar ist die Sprache von Polyboy. Und das habe ich tatsächlich zufällig entdeckt, weil mein Silberschmuck ist ziemlich hinüber. Und ich habe online geguckt, was man da machen kann. Und habe da zwar diesen typischen chemischen Tipp bekommen, von wegen in Alufolie und heißem, bisschen kochendem Wasser einweichen. Aber das funktioniert halt nicht, wenn dieser Silberschmuck Steine hat, die erstens kein kochendes Wasser vertragen und zweitens auch nicht unbedingt Alu. Aber ich glaube, beziehungsweise Salz ist auch noch mit dabei, stimmt. Alu, Salz und kochendes Wasser. Und viele Steine vertragen halt weder Salz noch Wasser. Und das ist ein Problem. Und dann habe ich eben zum Polieren was gesucht. Und habe da dieses Polyboy Silberpflegetuch, auch für Gold, gefunden bei DM. Und passend dazu, die Silberintensivpflege von Polyboy ist wohl auch für Gold. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde es tun. Und falls ihr da Bock auf eine Review habt, lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr mein letztes Haul-Video gesehen habt, dann wisst ihr bestimmt, dass ich ein festes Shampoo inzwischen habe. Wobei ich mir gerade nicht mal sicher bin, ob ich das im Juli gekauft habe und es in diesem Haul-Video mit dabei ist. Tja, wenn man jetzt schon das Video geschnitten hätte, wüsste man das. Naja, egal. Auf jeden Fall im letzten Video, vorletzten, wie auch immer, habe ich mir festes Shampoo geholt. Und das wird langsam immer kleiner und ich habe mir gedacht, irgendwie hätte ich dann doch gerne etwas zum Aufhängen. Und daher habe ich jetzt dieses Ding hier mal geholt. Das ist von Evelin das Seifensäckchen. Woraus ist das überhaupt? Aus Jutefasern und Baumwolle. Ist ideal zur Aufbewahrung und Nutzung von fester Seife sowie Seifenresten. Was ich nämlich sehr gut finde. Und dann kann man die alle so zusammen aufschäumen anscheinend. Und genau, es ist auch gleichzeitig ein kleiner Peelingschwamm. Zumindest für Körperreinigung würde ich das dann gerne benutzen. Mal gucken, ob es gut funktioniert. Mal gucken, ob das dann auch gut aufschäumt. Das waren viele G.U.s. Oh Jesus. Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert, wie ihr seht. Es ist noch verpackt. Aber ich wollte es einfach mal testen. Jetzt bin ich auch voll ausgestattet, was es angeht. Die, die meinen letzten Haul gesehen haben, oder war das die letzte Frequenz? Ich bin mir nicht mehr sicher. Die wissen, dass ich eigentlich auf feste Zahnpasta-Tabletten umsteigen wollte. Statt der in Plastikverpackung. Aber ich habe es leider noch nicht geschafft. Und ich kann als typische YouTuberin die Schuld auf YouTube schieben. Denn ich brauche die Verpackung noch ganz für Fotos, Nahaufnahmen, Review, Intro. Und ja gut, okay. Eventuell war ich einfach zu faul, das bis jetzt zu machen. Deshalb brauche ich Ersatzzahnpasta. Leider nochmal in Plastik. Verdammt. Aber ich werde die einfach mal zum Üben noch benutzen. So zum Abwechseln. Und da kam eine neue raus. Und zwar diese hier von Donto Dent. Ich hoffe, das funktioniert so. Die Antibakterielle Zahncreme. Ich habe ja schon die Antibakterielle Mundspülung sehr gemocht. Und so ähnlich schmeckt die hier auch. Man könnte es auch mit dem Kaugummi von Orbit vergleichen. Also so Sperrminze. Ist nicht besonders scharf. Schäumt schon ganz schön krass, muss ich sagen. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich sie sehr mag. Oder ob es okay ist und so. Mal schauen, mal schauen. Vegan ist sie, glaube ich, auch. Ja, sie ist vegan. Ja. Ist ganz neu. Vielleicht habt ihr sie noch nicht gesehen. Vielleicht möchte ich sie ausprobieren. Ich weiß es nicht. Hier ist sie auf jeden Fall. Und die letzten zwei Sachen von meinem DM-Haul waren... Ja. Ein Erliegen. Einmal etwas mit sehr, sehr viel Müll. Ist zwar kontraproduktiv, aber leider brauche ich es. Und ich liebe es. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon. Tadam. Die Valea Anti-Pickel Patches mit Salicylsäure. Wobei ich mich inzwischen frage, wie viel Salicylsäure da überhaupt drin ist. Also wie viel Prozent. Denn ich habe von meinem Hautarzt eine Creme bekommen mit 2% Vaseline. 2% Salicylsäure in Vaseline. Genau, meine Mutter hat nämlich eine Creme mit 4%. So viel darf aber außerhalb der Apotheke gar nicht verkauft werden. Deswegen kann da eigentlich nur weniger drin sein. Nichtsdestotrotz hilft es mir, denn gerade wenn Pickel, die ich leider habe, Hallo Akne-Patientin, sehr anschwellen, neige ich dazu, immer dran rumzuspielen. Und womöglich dann eben noch dran rumzudrücken, was man nicht tun sollte. Und gerade dieses Antatschen ist halt so kacke. Und eventuell mal drücken, aus Versehen, Gedanken verloren. Ja, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, das hier sind Sticker. Das heißt, wenn ich die mir ins Gesicht pappe, auf die frisch gewaschene Haut, auf den Pickel drauf. Und ich komme ganz aus Versehen dann auf den Pickel, denke ich mir so, oh, oh, Sticker darf nicht, weg. Und das funktioniert grandios. Und es kommen dann kein Dreck rein, keine Bakterien. Und ich kann mich besser zurückhalten mit dem Drücken. Alleine schon, wenn meine Fingernägel, ja, Fingernägel, dran abrutschen. Das ist sehr, sehr gut. Und deswegen, ich kann nicht drauf verzichten. Das war jetzt eine unglaublich lange Begründung dafür, dass ich mir sehr schwache Salicylsäure mit ganz viel Verpackungsmüll gekauft habe. Es musste sein, okay? Vergiss das einfach. Wir haben nichts gesehen, okay? Und etwas, was ich eigentlich schon besitze, was aber irgendwie einfach verschwunden ist. Und ich weiß nicht, wo es ist. Deswegen habe ich es mir jetzt nachgekauft. Und zwar diesen hier, einen Nagelknipser von Ebelin. Ja, von Ebelin. Der ist eigentlich für Fußnägel, weil, ja, Fingernagelscheren bzw. Knipser kommen da einfach nicht durch. Und, ja, ich wollte einfach mal wieder einen. Ich habe eigentlich den von Scholl, der unglaublich teuer war und der ist verschwunden. Ich könnte witten, den haben gewisse Personen geklaut. Aber ich habe natürlich keine Beweise. Also, ich glaube jedenfalls nicht, dass ich den jemals wiedersehen werde. Nun ja, deswegen habe ich jetzt den günstigen. Und ich muss sagen, Ebelin kann mit Scholl mithalten. Sowas von. Genauso wie bei diesen Hornhaut-Hobeln bzw. diese, wie heißen die denn? Diese elektrischen Hornhaut-Entferner. Da finde ich tatsächlich den von Ebelin besser als den von Scholl, obwohl er, glaube ich, nur ein Viertel kostet oder die Hälfte. Genau. Und so ähnlich ist es bei dieser schönen Schere, wollte ich sagen. Bei diesem schönen Nagelknipser genauso. Ich habe den in schwarz. Meine Mutter hat jetzt auch einen in lila. Ich bin sehr zufrieden. So, das war der bestellte Teil. Ich war dann aber nochmal beim DM, weil ich etwas vergessen habe zu bestellen. Worüber ich mich sehr geärgert habe, denn es wiegt zweieinhalb Kilo. Yes. Jetzt könnt ihr kurz raten, was es ist. Ihr werdet nicht drauf kommen. Jetzt nicht erraten. Gut, 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 gut. Es ist so schwer. Anhand der Geräusche wisst ihr es vielleicht? Hatja! Vogelsand! Warum brauche ich Vogelsand? Ich habe inzwischen einen neuen Hula-Hoo. Ohne diese Massage-Dellen, denn die sind einfach nur Folter. Denn ich habe eigentlich einen Reifen, der bei diesen Massage-Dinger hat. Und das tut so unglaublich weh. Ich habe solche Schmerzen, dass ich nicht damit trainieren kann. Und aus diesem Grund habe ich mir dann einen neuen gekauft, beziehungsweise ich habe ein Geschenk bekommen. Und der ist aber zu leicht. Blöderweise. Aber man kann ihn füllen. Und zwar geht Sand. Deswegen habe ich mir Sand gekauft. Mal gucken, ob das funktioniert. Das war es jetzt aber wirklich von DM. Und jetzt kommen wir noch zur Müller-Drogerie, die wahrscheinlich gerade die im Süden von euch kennen werden. Und dort habe ich mir gekauft, dieses hier, eine einfache, leere Sprühflasche. Und wofür? Richtig. Für Alkohol. Isoprofyl-Alkohol. Oberflächendesinfizierung. Kosmetik-Desinfizierung. Yes, genau. Ich habe nämlich eine große Flasche mit Isoprofyl-Alkohol. 70 oder 90 Prozent. Ich bin mir nicht sicher. Und ich kann den ja schlecht einfach so irgendwo in den Puder reinkippen. Und ich bräuchte eine Sprühflasche dafür. Ich habe aber keine. Und ich habe keine gefunden. Und dann ist mir beim Müller die hier über den Weg gelaufen. Endlich. Und ich kann mich jetzt dran machen, meine Kosmetik zu desinfizieren, worauf ich mich jetzt schon sehr freue. Und das ist mal nötig. Beziehungsweise mein Gewissen dankt das mir an. Und das einzig Dekorative, was ich mir tatsächlich gekauft habe, nach langer, langer, langer Zeit, mal wieder einen Nagellack. Mhm. Schlagt mich bitte nicht. Ich weiß, dass ich zu viele habe, aber diese Farbe habe ich nicht. Und zwar, tadaaa, von Essence. Wie heißt die Reihe jetzt? Shine and Go. Shine, last and go. Man weiß es nicht so genau. Die Nummer 45, Creating Memories. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt irgendwie hier so zeigen. So. Ein wunderschöner Lack auf jeden Fall. In Twitch Lila. Und ich habe ihn auch zusammen mit meiner Freundin gekauft, nachdem wir uns ewig lang nicht gesehen hatten. Und im Grunde der Namensprogramm, die Memories, habe ich jetzt wohl damit verbunden. Von daher finde ich das auch sehr schön. Ja. Jetzt habe ich halt mal wieder einen Nagellack gekauft. Auch wenn ich schon viel zu viele habe. Aber ich finde, ich habe mich im Vergleich zu damals sehr gut gemacht. und ich hoffe, ihr seid trotzdem stolz. Und alle, die den Müller kennen, die wissen wahrscheinlich, dass es auch eine Schreffanabteilung und eine Spiele, Deko, sonst was Abteilung gibt. Und in der irgendwas Abteilung bin ich dann daran etwas hängen geblieben. Womit ich, ja, so meine Probleme hatte, mich zu entscheiden, ob ich es kaufen will oder nicht. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Es ist halt nicht süß. Es ist, es ist, es steht schon dran, das gönne ich mir. Es ist eine ausfaltbare Tasche mit einem Panda. Und ich liebe Pandas. Und gerade diesen Panda von dieser Reihe, den habe ich noch als Kaffeetasse. Ich liebe ihn. Und ich wollte schon so lange eine zweite von diesen Taschen haben, weil ich immer mit meiner Fuchstasche rumrenne, die ich übrigens bei einem Booktuber-Treffen gekauft habe. Und jedes Mal, wenn ich die dann voll gemacht habe, denke ich mir, Mist, ich brauche eine zweite. Und jetzt habe ich eine zweite mit einem Panda. Und sie ist schwarz. Also gut kombinierbar. War das genug Ausreden? Ich denke, ja, vergesst einfach, dass ich sie gekauft habe. Und zum Schluss habe ich mir dann in der Schreibwarenerteilung noch einen Nachschub gekauft. Und zwar einmal, ich hoffe, das passt jetzt noch aufs Bild. Tada! Einen Oxford-Block und zwar der linierte mit Doppelrand. Warum habe ich mir den gekauft? Weil ich alle Bücher, die ich lese, zusammenfasse. Ja, so bekloppt bin ich tatsächlich. Und ja, ich mache das handschriftlich. Ja, so bekloppt bin ich. Und das Coole ist halt bei den Oxford-Blöcken, ich habe mich früher immer darüber aufgeregt, äh, warum zur Hölle haben die alle diese komischen Symbole hier in der Ecke. Ich fand's pottenhässlich, ich finde es immer noch nicht besonders schön, aber ich habe festgestellt, dass es damit ja eine App gibt, Scripsy genannt, und damit kann man einfach diese ganzen Seiten super schnell einscannen und am Handy sortieren in der App. Ähm, ja, das ist fantastisch, gerade für meine ganzen Sachen. Ich kann die dann einfach direkt einscannen, quasi die ganze Buchzusammenfassung in einem Dokument, kann sie an meinen PC schicken, ohne Probleme, und habe sie dann einfach dabei, wenn ich irgendwas angucken will oder so, oder nachlesen will, voll gut. Und genau das wollte ich eigentlich nutzen für mein Bullet Journal. Äh, da bin ich nämlich auf einen gepunkteten A5-Blog inzwischen, ähm, umgestiegen, was ich sehr, sehr gut finde. Ah, aber ich habe leider keinen gefunden in meiner Stadt und zwar also ein Oxford mit Scripsey-App A5-gepunkteten Block und demnach musste ich leider wieder auf meinen alten Brunnen-Premium A5-gepunkteten Block zurückgreifen, der leider keine Scripsey-App hat. Er ist leider etwas nackig, aber mein aktuelles Bullet Journal und dann ging die Kamera aus. Aber macht nichts, ich war sowieso so gut wie fertig. Ich wollte nur dazu sagen, ich habe jetzt eben wieder diesen Block als meinen Bullet Journal und nicht den von Oxford Weils, den ihr nicht gab und ich habe jetzt auch nochmal ein paar Wochen, ja, ich nehme das ein bisschen später auf, benutzt, geübt, wie auch immer und ich muss sagen, ich komme inzwischen auch ohne die Scripsey-App aus. Wenn ich ihn gerne mitnehmen möchte, dann würde ich ihn eben mitnehmen oder ich würde einfach nur so Fotos machen mit der Handy-Kamera und müsste es dann eben in einem Album kurz sortieren und das ist jetzt eigentlich nicht so viel mehr Aufwand als mit einer Scripsey-App. Also, wenn es jetzt nicht gerade Unterlagen fürs Lernen oder so sind, dann ist das für das Bullet Journal noch in Ordnung, aber bevor ich jetzt bei Amazon so fünf Stück auf einmal kaufen muss, die dann hier rumliegen, nehme ich dann doch lieber den hier, dann eben so. Und eigentlich würde jetzt der September-Hall folgen, aber ich muss gestehen, ich habe im September gar nichts gekauft. Ich habe in den letzten Monaten einfach alles, was ich gebraucht habe, schon gekauft gehabt und aufgefüllt. Mein Vorrat ist aufgestockt und ich brauchte nichts. Ich habe nichts gekauft. Sorry. Ich meine, gut für mich. Das ist ein sehr guter Monat. Was ich aber zeigen kann, ist ein Labello, ich muss mir abgewöhnen, das zu sagen. Es ist kein Labello, ein Lippenpflegestift und den habe ich, glaube ich, vergessen gehabt im Frühling zu zeigen. Bin mir nicht sicher, aber ich zeige Ihnen jetzt einfach mal. Das ist nämlich der hier von Medpacks, also einer Online-Apotheke. Den hat meine Mutter mir mitbestellt und das ist mein aktueller Lippenpflegestift, denn alle anderen sind so alt. Die werde ich wohl allesamt aussortieren. Genau. Bleibt also der. Das ist das Einzige, was ich euch zeigen kann und ich hoffe, ihr seid stolz auf mich und nicht so enttäuscht, dass hier jetzt das Video leider endet. Es ist ja auch nicht verkehrt, wenn ich euch ausnahmsweise mal nicht mit Sachen anfixeln, könnt ihr nämlich genauso sparen wie ich und vielleicht bin ich euch ein kleines Vorbild. Wer weiß. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch in dem neuen Format, das ich jetzt ausprobiert habe. Also mir persönlich gefällt es ganz gut, auch beim Schneiden. Ich habe das jetzt, also beim letzten Video schon gemerkt, das hatte ich ja noch aufgeholt und da fand ich das im Schnitt eigentlich und auch da war einfach wieder der Ton weg. Aber ich war ja so gut wie fertig mit dem Video. Ich wollte nur sagen, dass es mir tatsächlich sehr entgegenkommt, das neue Format, also dieses Vlog-Haul-Format, weil ich dann einfach nicht so viel auf einmal machen muss und ich dann einfach mal zwischendurch etwas abhaken kann und sagen kann, okay, Monat-Check, aber ist zu wenig für ein ganzes Video. Aber macht nichts. Ich mache einfach in ein, zwei, drei Monaten weiter oder dann, wenn sich genug angehäuft hat und dann schnippel ich das zusammen. Das heißt, es sind, keine Ahnung, fünf Minuten, die ich dann halt schneiden muss. Also, fünf Minuten Endvideo, das heißt, weiß ich, eine halbe Stunde Schnitt oder so. Also, nicht der Rede wert im Vergleich zu meinen so zig langen Videos. Hm. Und das ist dann irgendwie alles so ein bisschen flüssiger. Ich kann mich besser überwinden, mich überhaupt hinzusetzen und bin dann schnell fertig und happy und dann kann ich noch schnell schneiden. Ich lege das nicht so lange auf der Festplatte, so zumindest die Theorie. Und das finde ich eigentlich sehr gut. So. Warum die Theorie und warum trotzdem die Videos zu spät kommen, wisst ihr, glaube ich, wenn ihr mein Update gesehen habt, einfach, weil ich unfassbar viel versucht habe nachzuholen. Dann habe ich es so gut wie geschafft und dann hoppla, ich habe einen Freund. Und hoppla, ich habe einen Job und bald ist auch fern und ich verbringe meine Zeit nur noch im Zug und komme überhaupt nicht mehr dazu, irgendwas zu schneiden. Drehen kriege ich vielleicht noch gerade so hin oder schneiden, aber wenn man einmal die Woche oder alle zwei Wochen mal entweder schneidet oder filmt und vier Kanäle hat, dann wird das nix. Ich muss mich da noch eingrooven und am Anfang war ich einfach komplett tot, weil logisch, der Körper war das überhaupt nicht mehr gewöhnt. Ich musste mich jetzt erstmal da reinfinden. Jetzt geht's halbwegs und ich fange auch tatsächlich langsam an, morgens so ein bisschen zu schneiden. Wenn ihr das Video seht, ist dann wahrscheinlich schon wieder ein halbes Jahr rum, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es wird langsam besser. Ne, stimmt gar nicht. Das Video kommt gar nicht mal so spät online. Wir haben jetzt Ende Januar und eigentlich soll das Video möglichst bald, Mitte Februar oder so, online kommen. Das heißt, ich bin dabei, mich rein zu grooven, also hab noch ein bisschen Geduld, das wird wieder. Aber da ich halt sehr wenig weiterhin gekauft und aufgebaut habe, hm, das nächste Video, wann ist denn das eigentlich? Wir haben gesagt, halbes Jahr. Selbst wenn ich jetzt nur ein Vierteljahr mache, dann wäre das ja erst im April für einschließlich März. das schaffe ich aktuell zu bleiben, glaube ich. Mal gucken. Lasst euch überraschen, drückt mir die Däumchen, bleibt geduldig bitte, das ist das Beste, was ihr tun könnt und über den einen oder anderen netten Kommentar würde ich mich freuen. Betonung auf netten Kommentar, ich hatte da wieder so ein, zwei Spezialisten, da frage ich mich wirklich, warum sie ihre Zeit hier verbringen. Egal. Macht's gut, habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.